Wow eine Minute 14 für das erste Rätsel. Was muss man da auch machen? Irgendwas mit Zahnrädern. Fortfahren. Bringe es zum Fliegen. Kein Spaß mehr. Aber danke für das Geschenk. Das ist einfach scheiße oder? Ja. Geil ich habe 26 Sekunden gebraucht für das erste Rätsel. Wow. Ich bin gut. Ich mache eben Rätsel, was voll den Skill erfordert. Ja so Abmessungen. Leite den Dampf um und treibe das Goldrad an für einen geringen Anzahl Zügewege mehr als ein Teil zu zweit. Oh mein Gott. Äh. Wie jetzt? Oh cool man kann zwei Sachen auf einmal bewegen. Hicks. Ey da kommt einfach Musik. Soll ich denn zwei Sachen auf einmal bewegen? Bescheuert oder was? Oh mein Gott da ist ein Clown rausgesprungen. Ich habe Angst. Was? Die vorgegebenen Zeit 20 Sekunden? WiiHawkLP ruft dann? Was? Wer ist dieser WiiHawkLP? Hm. Was? Wo? Wie? Was? Schmidt Beaver Anderson Profilbild. Wo denn? Das ist Bichel. Wie soll das ja nicht gehen. Was ist passiert? Äh. Geschlagen. Wiederholen die Scheiß. Wiederholen? Wie macht das Spiel keinen Spaß? Das macht keinen Spaß. Ich kann viel was mehr Spaß macht. Welches? Ähm. GTA 4. Aha. GTA Fortress 2. Wie kotzt du denn dabei auf GTA 4? Weil ich eigentlich Team Fortress 2 sagen wollte aber dann weiß ich was da passiert wenn ich das sage. Aha. Hast du gerade gesagt? Naja hab ich nicht. Doch. Du hast keine Zeugen. Rüdiger? Rüdiger ist kein Zeuge. Hm? Doch. Rüdiger sie ist mein Zeuge. Wie muss das eine Rohr muss ich da drüben hinbekommen aber wie soll ich das denn schaffen? Oh mein Gott. Die Kinder. Rüdiger du solltest die doch essen. Ja. Ja. Ich weiß nicht aber. Für jedes Kind das ich esse kommen zwei nach. Was soll ich machen? Sie werden alle kommen und sich an dir lächeln dafür dass du jede vorherigen Version getötet hast. Ja. Und heute Abend wirst du sterben. Ja ich muss das Rohr muss ich da rüber bringen. Ja. Okay. So. Dieses Spiel kotzt mich voll an. Ich mach das gut. Ich mach das gut. Ganz ehrlich. Es gibt aber ein Spiel das ich jetzt bestimmt nicht ankotzen würde. Oder Marotze? Nee ich find es ja gut wenn du dieses Spiel mit spielen würdest. Ich halte das nicht mehr aus dieses Spiel hier. Es ist wirklich nicht zu... Was soll denn das? Wieso heißt es jetzt Cox? Cox. Cox heißt glaube ich so wie wie... Dennis! Du brauchst es mir nicht zu sagen Rüdiger. Okay. Wie musst du es sagen? Michael. Und was? Nein. Okay. Hm. 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 Cox. Ich hab die Idee... Was könnte wohl besser sein? Ich hab die Idee... Hm. Was könnte wohl besser sein? Ich hab die Idee... Ich hab die Idee... Du installierst das Spiel. Nein. Cox. Kann aber auch bedeuten... Nein. Nein. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich hasse dich für die Idee. So. Kolben. Männchen. Riemen. Rute. Wetterhahn. So. Wie dreht man das Scheiß halt? So. So. Werben sind Spannen. Und Spitzen. Ja. Spannen? Hehehe. So. Oh ja. Ich muss hier Spitzen... Warte mal. Warte mal. Ich sag mal. Matze. Was hast du gemacht, Matze? Ich hab Cox... Hab ich das zweite Rätsel gelöst. Echt? Ich hätte besser gedacht. Nein. Mach du ne. Bitte. Das will ich nicht. Echt? Du bist ja auch... Ich lass... mit demaçãoffeln. Drehen. 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 Hööööööö. Was machst du da jetzt? Aha. Also muss der da nach oben oder was? so weit kommt es doch das heißt wie keine Probleme nein gut was sollte das jetzt Kork Kork ich höre Jari ich höre Jari glaube ich Kork ich habe eine Katze gehört ich glaube das sind die Kinder bei mir weil diese Kinder sind eingerichtet meine Fresse die Körderäder sind andersrum wieso sind die so rum verdammt diese Moskau nur ein Teil bewegen ich kann so um 360 Grad drehen meine Fresse ich habe eine Idee was ich mache was ist denn wenn ich das so rum drehe und dann das so und dann so geht doch Rüdiger spielst du immer nach Koks ich habe hast was ja gesagt ich komme schon nein ich komme nein ich komme im zweiten Level schon nicht weiter ich habe die Rohre nicht geschaut ich bin schon mit Glocke jetzt kommt Kasten Teufel Dreh an der Kurbel klicke und ziehe mit der rechten Maustaste in den Kasten zu drehen und die Bäckerbackenbrötchen und die Bäckerbackenbrötchen die auch Fähnchen tragen die auch Fähnchen tragen die auch Fähnchen tragen Let's Play Minecraft und machst du das? nein schade ich dachte du machst das ja ich mache es auch ganz ruhig bleiben ey man wieso guck euch mal das Video an niemals da ist gerade ein komisches Mädchen aus den Kasten gekommen das Spiel macht mir wirklich Angst also Doppelglocke rühre beide Glocken bleibst heute du musst deine Bewegung sorgfältig abstimmen klicke auf Laute damit die Zielmelodie ertönt wieso zum Henker auf einmal Laser ja ich muss Böhm machen wer muss es nicht machen also so schwer kann das ja nicht sein ne Böhm Möhm Möhm nein ich spiele nicht mit dir Team Fortress ich hasse dieses Spiel wieso zock ich es immer noch ich spiele lieber Team Fortress nein spiele lieber Super Mario 74 ja du willst es ja nicht mit mir aufnehmen doch ich will jeden Tag mit dir aufnehmen nein doch jede Sekunde meines Lebens möchte ich mit dir dieses Spiel aufnehmen nein willst du nicht ne ich hätte echt mal wieder Bock drauf aber ja wir haben ja drüber geredet also wann immer wie soll das überhaupt gehen mit Toiletten ganz einfach also er macht dir den Bildschirmumertragung du guckst aber halt zu und schaffst du einfach mit nein weil die sind scheiß hier und das gute dabei ist wenn du das siehst kannst du auch noch Team Fortress runterladen oh Mann ey Mann dieser Gegenstand wäre mir sehr viel wert wow wow jemand hält das Gespräch nur wer hält das Gespräch hier muss ich halt so diese dumme Leute hören dieses Spiel macht mich aggressiv ich hasse dieses Spiel warum existiert das ja warum existiert dieses Spiel überhaupt wieso spielst du überhaupt wieso findest du an der Lösung interessiert kann das ja gar nicht mehr schaffen man sich ja ich hasse es dann habe ich halt Lust mehr also ich schaff das regts ja nicht viel zu doof dafür ja Zeit ist scheiße so wenn mag ich nicht ich will was anderes machen Ballon so Ballon mit Dampf mhm tja wie machen wir das mhm das hat aber keinen Sinn wir versuchen einfach erstmal den Mist hier runter zu bekommen dafür müssten wir am besten mhm mhm wieso ist dieses Spiel so scheiße mhm ach dapd ey ich will das nicht mehr spielen wisst ihr das wäre schlimmer als Bus Simulator hier ehrlich das würde ich Bus Simulator noch toppen ich hab keinen Bock mehr ich hoffe ihr hasst dieses Spiel jetzt genauso wie ich ciao also das die cas sie sag